Ich sag ab, geh die Party und die Party geht ab. Dragon Ball GT Finale! Ultimate Super! Go-Gita! Ist besser, ich pass auf, ja. Sie sind effektiv in die Fresse. Vielleicht hätten sie mal woanders hin prügeln sollen. Wenn sie im Gesicht nicht effektiv ist. Immer wieder in die Fresse, ne. Hat dann halt nicht gebracht. Aber man musste halt was anderes probieren. Vegeta! Let's do this, Vegeta. Cats, Vegeta! Weaklinge sind still Weaklinge, no matter how many you have. The real battle beginnt now! Das ist halt auch, generell hat Vegeta überhaupt nichts zu melden gehabt im GT. Aber das hier läuft gerade interessanterweise nicht schlecht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt hier wieder fertig gemacht werde. Super 17 hat mich ja wirklich, also wirklich richtig, richtig heftig verprügelt. Aber hier geht's jetzt auf einmal wieder. Ja, bisher kann das nicht so handeln, ne. Aber das kann sich doch ändern. Ich muss vorsichtig sein. Zack, zack, zack. Oh, sehr schön. Boah, der macht enorm viel Schaden. Ich seh's gerade. Deswegen hält er sich so zurück, weil ansonsten wär's schnell vorbei. Ah, ha! Ah, ha! Ah, ha! Ah, ha! Ah, ha! Ah, ha! This guy dares to challenge me! Super-San-4 isn't enough? Darn it! What's wrong? I thought the real battle was about to begin! Vegeta! Take my place! Okay, I'm out! Die Attack-Team, hä? Siegensweise, nee, das ist eher ein Handicap-Match, hier, ne? Für Omega-Shiller. Yeah! Ah. Ich nehm Schaden. Jede Menge Schaden. Nee, 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 das machst du natürlich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass er... Oh, scheiße, ich hab echt ein Riesenproblem. Ah! Ich hab echt ein Riesenproblem. Au! Oh, scheiße, weil der... Den Finisher hätte ich nicht einstecken dürfen. Ey, ich nimm das. Nimm das. Sehr schön. Das hat mir ein bisschen Luft verschafft. Boah, weil es ist jeden Moment vorbei für mich. Achtung! Und... Wunderhübsch! Ta-da! Wer ist da? Wer bist du? Darf ich mich kurz vorstellen? Nein! Och, leck mich doch! Das war mein Finisher. Ich hab mich so schön aufgepowert für diesen Moment. Auch hier ist die Farbe leicht angepasst worden. Kann das sein? Das sieht nicht so aus wie im Budokai Tinkaiji 3. Zumindest hab ich den Eindruck. Oh, sehr schön. Oh, sicher für Schaden austeilen. Nur mit ganz normalen Schlägen. Guck mal, was Ehe für Schaden austeilen. Oh, Mann. Ah! Wenn wir Bratwaxe grillen, vergifft. Oh. So, nimm mal das. Das ist doch nicht wahr, ey! Ich will endlich meinen Finisher anbringen. So dämlicher... Diese Drachen. Richtige Früchtchen. Oh, ho, ho, ho. So, jetzt... Jetzt hast du aber keine Chance mehr. Ist das doch nicht wahr, sein? Verschwinde einfach! Okay. Verschwinde ist jetzt sowas von aus meinem Gesicht. Moment, eine Chance habe ich vielleicht noch. Jetzt aber endlich! Ich... Ich will einfach nicht mehr. Nein! Jetzt muss ich mir wieder auch das gefallen... Nein, 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 damit hörst du auf. Wenn ich meinen Finisher nicht einsetzen darf, dann darfst du das erst recht nicht, mein Freund. Ich überschwinde endlich! Was machst du da eigentlich? So, endlich! Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das war gar nicht mal so stark, wie ich gedacht hätte. Okay. Ich bin enttäuscht. 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 Und das. Das war noch mal ein netter Fälischer. hätte ich nicht schöner sagen können slowpoke ist das nicht der name von von fleckmann im englischen ich meine oder slowpoke ist fängt man 50.000 genau perfekt so wie geht aber auch freigeschaltet ach so stimmt da war ja noch was ja klar klar war doch was weil es hat er nicht wirklich damit geendet das genau weil nicht super seien 4 gogeta hat das ganze hier beendet es gab eine andere sache die mal wieder den tag retten sollte ne las ma take my extra large spirit ball moment mal hey das ist doch jammschuss technik Müsste das nicht Spirit Bomb sein? Okay, wir machen offensichtlich Amtschus Kugelblitz-Torpedo, um die Sache hier zu beenden. Endlich kriegt Amtschus die Liebe, die er verdient. Na komm, das wird doch eh wieder nix. Ah! Oh! Oh, nee! Ich bin so froh, dass ich mal was gekontert habe. Sonst ist es ja immer nur der Gegner. Oh! Hier heißt es ja einfach nur lange genug durchhalten. Aber man will natürlich auch einen Kampf liefern! Hier! Spirit Bomb! Sie ist richtig! Sie ist richtig! Es sieht aus, dass es nicht genug ist. Was? Ich glaube nicht, dass es ihn kann. Ich habe alles, was die Erde kann geben. Also, ich brauche die Energie aus dem ganzen Universum. Und wenn das ganze Universum... Das ist eine unglaubliche Idee. Oh, ho, 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 ho. Amazing! 64, jetzt müsste es reichen, ja. So, Nintendo 64 hat mich gerettet. Alter! Man kann es natürlich auch cheap machen und einfach die ganze Zeit fliehen, aber... Ach, nee, lass mal. Ah! Aber vielleicht doch ein bisschen fliehen? So. Zumindest bis ich das machen kann. Zack! Tja! Das ist immerhin die Attacke, die... Oh, den Oberteufel Piccolo erledigt. Naja, gut, so nicht, aber... Ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr durchhalten. Ah, gut, da ist es vorbei. Ja, ja, you're welcome. Super Saiyan. Ah! Das ist ein bisschen unfair, dass ich so begrüßt werde. Oh. Oh! Oh! Was, ich darf schon? Okay, cool. Halt, stopp! Halt, stopp it! Danke, Son Goku. Das war wunderschön. Ja, das hat dir überhaupt gar keine Mühe gemacht. Habe ich recht, Son Goku? Mir auch nicht. Ich habe nur so getan. Das war... ganz locker. Tja, die GT-Saga wäre geschafft. Gogeta ist freigeschaltet. Die Drag-Boy-Saga ist freigeschaltet. Der Dessert-Bandit? Yam-Chu? Wir haben einige wirklich wunderschöne Gegner, aber es ist endlich vorbei. Ah, Grandpa! Gut gemacht! Was meinst du? Mein Grandpa ist tot. Ich schaue die Dragon Balls. Wisst ihr etwas über sie? Insofern, du siehst stark. Ich wundere, wer ist stärker? Du oder Master Roshi? Obwohl... Du und ich haben das gleiche Geräusch. Ich liebe dich. Nächste Zeit, wir kämpfen so hart wie wir können. Nachher dann. Bye-bye! Er ist kein Grandpa. Der fierste Battel für die Dragon Balls ist vorbei. Nach einer langen Battel. Das ist der Ende. Wie immer, wenn es im Endeffekt ist, es gibt auch ein Beginn. Nächste ist der Start der Dragon Ball-Storie. Mein einziger Freund. Okay. Ah. Also Son Goku. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du wolltest einfach dieses arme, wehrlose Mädchen da jetzt verprügeln. Nicht zu fassen. Na gut. Dragon Ball Saga freigeschaltet. Hey! Wir brauchen etwas anderes, als ich es in Erinnerung habe. Es ist nicht die Dragon Ball Saga, die ersetzt worden ist, sondern die Was-wäre-wenn-Saga, so wie es aussieht. Dann ist die Was-wäre-wenn-Saga durch die Dragon Ball Super Saga ersetzt worden. So sieht es bisher zumindest aus. Hey! Ich bin Goku. Hä? Ich bin auch Goku. Du siehst einfach wie ich, als ich ein Kind war. Ich bin für die Dragon Balls. Witzig. Ich war auch für die Dragon Balls, als ich dein Kind war. Puh. Das kann ja gar nicht ich sein. Wir machen es ein Spiel. Ich werde es nicht verlieren. Bis zum nächsten Mal. Hey! Viele starken Krieger werden hier sehen. Dieser Mann, Yabcha, ist ziemlich stark, aber ich werde es nicht verlieren. Das ist ja sensationell. Und ich wundere mich gerade, es scheint ja ein Voice-File zu existieren, wo genau das Gibt es den Kampf in irgendeiner anderen Version von Budokai Tenkaichi 3 wirklich? Weil in unserer Version gab es das ja nicht. Hm. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall sehen wir endlich Yamchu. Also wir sehen beinahe mehr von Yamchu im Story Mode als von Krillin. Das darf man nicht vergessen. Haha. Und ich freue mich drauf. Und ich würde fast sagen, ich sage noch nicht Hallo Yamchu. Sondern wir machen das beim nächsten Mal, oder? Also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.